Boah Junge, hab ich den erwischt. Wie assi war das denn bitte? Wie assi war das denn? Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Isst du eigentlich doof oder was? Meine Güte. Können wir uns nicht angehen hier, ey. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Boah, Junge, hab ich den erwischt. Wie assi war das denn, bitte? Ich hab den genau in die Fresse geworfen. Krass, Junge. Krass. Alter Schwede, hab ich den immer direkt in die Fresse geworfen. Wie war das denn, bitte, ey. Kann man jetzt noch mal zugeben, das war jetzt mal wirklich Lack. Oh, Moment. Wieso nehme ich eigentlich die ganze Zeit Holz? Kannst du mir das mal eigentlich mal sagen. Okay, da oben kommt ein Loot Drop gleich runter. Das heißt... What's the more? What's the more? Dankeschön. Nee, die will ich aber nicht, ganz ehrlich. Da habe ich nicht so das Interesse dran an der Waffe. Wobei, warte mal. Kann vielleicht gerade ganz gut sein, ob ich irgendwo jemanden sehe. Ja, siehste, war doch nicht so schlecht. Boah, neun Stück noch, leck mich am Arsch. In der Zone noch neun Stück? Heftig. Oh, warte mal, gleich können wir den holen. Steht da ein bisschen... ...der Kollege, scheiße. Oh, lol, Alter, der war doch... ...er war doch safe drauf, ey. Kannst mir doch nicht erzählen, dass der nicht safe drauf war. Boah, Junge, ich bin in der Lüft erwischt. Die wird nur zu weit sein, ne? Die war zu weit. Okay. Dann, du kannst dir den quick, ey. Broah, Junge. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? Das war's für heute. Alter, dieser schwule Baum, ne? Alter Schwede. Dieser Kackbaum, ey. Ach, fuck, Alter, Mann. So ne Scheiße, Mann, ey. Da kannst du echt keinem erzählen, ey. Da trifft der echt jedes Mal. Der hat ja getroffen. Und ich hab nicht einmal, glaub ich, getroffen. Naja, dann würde ich sagen, war's das heute. Vielen Dank fürs Anschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.